So Leute, das ist die Zugmaschine, nennt sich auch Kabelstapler. Dort machen wir an die Anhängerkupplung jetzt einen Spanggurt, der diese Palette befestigt. Sinn der Sache ist, ich fahre mit dem Stapler und ziehe die Palette. Das klingt vielleicht noch ein bisschen langweilig, aber natürlich stellt er sich da drauf und dann kann das ein wenig Spaß geben. Schirr. Sieh hau. Ja, da ist es alpha. Sieh hau. Joah. Was haben wir aber gut? Ja, die Frage. Sieh hau. Woh! 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 Woooooo! Whoa! Wow! Go! Come on! Hichel, come on. Ja, juli. Ja. Wooh! 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 Wohooo! Ich bin schon wieder auf die Tür. Ich hoffe, ich habe es wieder. Wohohooo! Ich bin schon wieder auf die Tür. Ich habe es nicht geworfen. Wohohoho! Jaah! Wohooo! 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 Jah! Küst er, Baby! Wohooo! Nein da! Scheiße uns drauf! Scheiße euch drauf! Wohooo! Wohooo! Wooohoow. Wooooohoo. Owhooo.. Woooho. Jose-Gelker. So, so like hoffen wir 옷. So schnell... Wohohoh. Wohoho להיות. Legit hin, Martin! Nice! Das war's für heute. Ich kenne das gut, das reicht nicht. Nein, man, ich bekomme was in die Echtkopf. Gegen die Rohre oder was? Mal aufpassen. Noch weiter nach vorne. Noch weiter, dass nichts gegen die Rohre kommt. Kannst du zoomen oder was? Oh Gott, ich habe Angst. Ich krieg doch alles in die Fresse, ey. Oh Gott. Du machst das. Kannst du das machen? Dann noch ein E hier. Oh Mann ey. Oh Mann ey. Oh ja. Ja. Halb. Nein. Tau. Tau. Tau... Hehehe Vielen Dank.